herzlich willkommen die julia ist da doch ganz kurz hier hinten gucken vielleicht haben wir schon unterstützung eger level zwei leider nein da gar nicht zwei haben wir schon 2 nein ich noch mal zwei tage bleibt noch okay ich hätte jetzt schon gerne über 3 platz oder nein nein sein und tage einschneiden was der mag und was nicht das mag alles noch nicht wieder sagen und leider ab und sie kann nicht nicht Ja, das ist klar. Vielen Dank. Ich habe gehofft, dass ich die Stufe 3 auch gerade schneide. Im besten Fall auch raus. Was ist schlechtes Wetter? Nein, ich habe kein Shampoo. Ich habe noch keine Mitarbeiter. Also doch haben Mitarbeiter aber schon keine, die unterwaschen. Die Frage, ob wir unsere einfach mitschicken. Ja, die ist ja auch viel geschnitten. Ja, ich gehe nochmal unten raus. Ja, ich würde auch gerne wollen. Das sieht aber auch schon aus, als wäre ich schon draußen gewesen. Ja, ich würde auch schon sehen. 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 Ja, da haben wir den Tag eigentlich durch. Wir müssen mal gucken. Wir haben noch Platz für einen und für einen zweiten. Vielleicht haben wir jetzt noch einen zweiten Tag direkt ran. Der da, die kümmern sich noch um die Hunde. Und wir machen direkt einen neuen Tag. Das ist ja sonst immer bis später. Das ist natürlich auch nicht rechtfertig, als wir ihn haben. Das ist ja schon immer. Verwegt nichts. Schonmal gut für das Geld. Wir werben erstmal. Das ist eine Katze. Ja. So, wie wird ab? Und ja. So, wie wird das? wo sind wir eben Geld Das war Kulai Oh wir sind jetzt auch mal auf dem konto einstellen dann gucken wir uns jetzt mal alleine jetzt eingestellt wir kaufen einmal noch hundeschampo dann haben wir uns da jetzt schon mal gucken und dann können wir da kommen wir können jetzt hat er dann wäre es wieder ok müssen wir denn die wenn sie auch dann machen das klappt ja auch ganz gut mal gucken ob wir eigentlich am ende nur rezeption noch machen ja schon kann ich ein bisschen spielen ja dann ja 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 k ja nur zu Wohlfühlig. 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 Noch nachts an hier. Fisch ab. ja 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 also Jetzt hat es nichts mehr zu tun, oder? Weil ich alles gemacht habe. Wenn er 60... Ja, das müssen wir einreden. Um. Und du... Und du... Es nimmt nach sich dieức Ebene an. Um. Amen. 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 Nehmen auf. Und Tage abend. Ein Fisch, eine Katze. Eine Katze. Untertitelung des ZDF, 2020 Stattlich nur. Nichts schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Aus. Das ist cool, wenn sie wirklich so Klappen geben. Man, die beiden. Und ich sehe gerade Bierfahrten in den nächsten Tag. Ich habe noch eine Katze im Frisch gehabt, aber... Aber das noch. Ich sehe gerade noch eine Katze im Frisch. Ich sehe gerade noch eine Katze im Frisch. Ich sehe gerade noch eine Katze im Frisch. Ich sehe gerade noch eine Katze im Frisch.